ich habe gerade wirklich zwei mit einem schuss, das war ja geil waffen? waffen? na hammer? da liegt jetzt hier eine axt drin, ne? ich nehme die axt, warte, ich mache das messer weg nicht mal die andere seite einmal kurz ablaufen da hinten? hinten sieht aus ob da was ist ich habe ja hier erstmal geguckt ob was ist aber hinter uns gehen die türen zu, ne? ist das hier leicht abfällig oder so? da kommt mir das nur so vor hier hinter der türen ist irgendwas, das weiß ich jetzt schon so ne tür haben wir hier drüben auch mal aufgemacht, halloo oh der geht super hier mal hier ha das so manche verfehlt oh fuck alter okay ich bin an die türen geblieben nein alter weißt du wo ich jetzt bin? du bist ein zombie, ja? oder wo? ich habe immer nichts mehr hier hier aufm dach schon mhm Ich darf hier unten rum, da steht die Zombies Ich kann aber auch schon was dort Wenn wir ein First Aid Kit finden, Mick, ne? Ja Ich kann das echt gut gebrauchen Wo seid ihr? Wo bist du? Ich bin hier irgendwo bei dir in dem Raum mit Ist noch hier, ja Oh fuck Schrotty hatte doch eins, können wir den nicht looten? Schrotty, hattest du noch ein First Aid Kit? Nein, habe ich nicht mehr Die Money von Schrotty habe ich schon aufgesammelt Liegen überall Bloodbags und so weiter, kann hier nicht auch ein First Aid Kit da rum nehmen? Zeit Da munten ja Menschen drin Lass mal alles hier nachladen geile ihr seid von mir erst mal sicher ne wo du sonst wo bist am start oben ganz ganz oben was ist das denn für die ammo das ist die die ich für meine verbrauche und nehme ich einfach mit hier ist nix weiter aber von hier kommen wir wir sind hier auch schon tot und zwar was achso hier schottiges schau hier liegt seine waffe boah 20 prozent stimm wir sollten lieber ab jetzt die türen alle hinter uns schließen wegen schrottig ich komme sowieso brauche ich nicht durch wenn ich keine knöpfe drucken kann als zombie das ist jetzt mal so, haben wir gemerkt dass wir das ab jetzt immer machen müssen was mache ich denn hier was habe ich jetzt wieder weggeschmissen wo ist meine waffe ich habe auch zu sehen meine waffe weggeschmissen wo ist die hier direkt fange hier direkt fange ok komm mal hier rein mach die türen mal zu wo hast du shortgang money hier vorne ist ein waffenschrank direkt fange ok wir müssen noch mal so einen raum hier finden oh hier liegt money hat sie auch fehlen weg weil ich brauch die auf jeden fall nicht da drüben war glaube ich dann noch so eine türen wahrscheinlich get the door now wieso ist schrottig gestorben unter nachkampfwaffe zu viele gegner oder was ja ich hangel an der tür und hatte richtig schaden gehabt wie doof ok die türen müssen wir öffnen den einen knopf haben wir hier schon gedrückt darum ist das untere wahrscheinlich grün muss man noch Sektor A finden vielleicht soll ich auch mit so einem grünen leuchtschild beschürfet sein da ist er da ist er oh ein sturm gewehrtet nämlich mach mal äh werf mal die money raus snake mit jotz ok ich hab die türen gewehrt ok jetzt kann man durch die andere türen ok jetzt kann man durch die andere türen ok jetzt kann man durch die andere türen äh kannst du die money dann noch mitnehmen ich weiß nicht ob wir die brauchen werden mitnehmen einfach mitnehmen um gleich komm schrott hier und mach mich mit einem schlag weg oder so ha ich weiß ja nicht mehr wo ihr seid das ist das tolle Ja, das sagst du jetzt und dann stehst du hinter uns. Dann sag ich schon Hallo. Ja. Nee, das war nicht. Das ist doch noch ein Riesentank. Jetzt nimmst du noch in Dingsrum, in Labor. Ja, hier ist die Tänik. Da hinten kam ein Geräusch, vielleicht schrottiger. Der weiß bestimmt schon wo wir langkommen und da ist irgendwann eine Falle geschehen. Der tut gleich Stream snipen. Ich geh mal unten lang. Ja. Mal schauen was hier oben ist. Das gefällt mir nicht, müssen wir jetzt wieder zurückgehen. Wo bist du? Unter mir. Da ist nix, ne, oder? Leider nicht. Wir müssen irgendwas finden, um den Kasten da vorne aufzukriegen. Oh, ich hör auf. Naja, auch Schlangen kann man den auch nicht, scheinbar. Ja, dann mal wieder zurück. Oh, ich hab, ich hab meine Freunde gefunden. Na, du hast hier noch alle zusammengesammelt. Ja, geil. Mal wo. Wieder nicht durch die Tür. Für Prozentation noch 15 Hier ist noch eine Nahkampfwaffe Hast du eine Nahkampfwaffe weg? Nö, schmeiß meine Gasmaske weg Ja, hab ich auch weggebracht Mit der musst du einfach nur drückt halten und dann auf den Kopf ziehen Damit machst du One-Hits Ja, aber den nutze ich erst, wenn ich in Not bin Bei 50% Ich benutze jetzt auch meine Fernkampfwaffe lieber Das ist doch ätzend, wir haben keinen Anhaltspunkt, wo wir jetzt finden, wo wir irgendwas finden, was wir brauchen Das ist bestimmt Schrotti hat das, den müsst ihr bestimmt töten Er sagt, nee, doch, dich müssen wir jetzt töten Noch nicht Wenn, dann müsst ihr nach oben kommen, dann habt ihr alle saumäse hier Ich hab mal eine 15 Follower gekriegt Da kommt noch mehr Komm, Baby, komm Komm, Baby, komm Komm, Baby, komm Komm, Baby, komm Lull, ich sie alle auf die Fresse hier Ich weiß nicht, wonach wir suchen müssen Ich auch nicht Ich kann es euch nicht mal sagen, auf B habe ich jetzt hier irgendwie einen Blend oder sowas Ja, auf B steht bei uns auch nur, dass irgendwas abgesch... äh, dass die Tür jetzt offen immer so durchkommt Und dahinter ist halt noch eine Hürde, wo wir nicht weiterkommen gerade Wahrscheinlich brauchen wir irgendwie einen Schlüssel oder sowas Weil das ist sowas wie ein Stromkasten Die Stromkasten war noch ein Serverraum, ach nee, das war ja das nicht, ne? Nee, was anderes Da lag noch ein Stromgewehr rum Man ist an, wie es kam Ah, ja Ah, ja Da lag noch Und jetzt